Willkommen zur Quest Versorgungsaktion. Bei dieser Quest müssen wir einfach nur Nahrungsmittel sammeln, da die hier alle Borkodamm haben. Dies ist recht simpel, wir brauchen nur den Questmarkern folgen und einfach alles töten was uns im Weg ist. Dazu müssen wir das Telefonbuch hier lesen und dann zum markierten Ort laufen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich habe einen Schaden für die Idee, was ich weiß. das die Dosen und dann werden wir mit diesem Abschnitt dann auch schon fertig das alles die auch die So, wie an der Tür, weil er da dran kommt. Da kommt gleich ein großer Gegner, da ein bisschen aus dem Bolz raus. Dann halt zur nächsten Tür laufen. Wieder einmal anklopfen. Das Telefonbuch lesen. Und dann zur Feuerwehrstation rennen. Hier ein bisschen aufpassen. Am Anfang sind die Feuerwehrmänner noch recht tappig und können halt ziemlich schnell. Das sind die Hilfekästen, die wir brauchen. Dann sind die an der Wand oder gehen wir gleich rum. Und jetzt den ganzen Kram zurück zum Polizeirevier bringen. Einfach schnell laufen und die Zombies dann einfach ignorieren. Das war's. 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 Damit wäre die Request beendet, bis zum nächsten Mal.